Mit dieser App kann man freiwillig dem Robert-Koch-Institut bestimmte Daten zur Verfügung stellen und somit dabei helfen, noch besser einzuschätzen, wo und auch wie schnell sich Covid-19 in Deutschland verbreitet. Was man dafür braucht, ist eine Smartwatch oder ein Fitnessarmband und eben die Corona-Datenspende-App, die es kostenlos zum Download gibt. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass diese App Symptome erkennt. Das ist keine App, die einen Covid-19-Nachweis führen kann. Die App ersetzt also keine Tests und sie warnt den Nutzer auch nicht, dass er krank sein könnte. Die App ersetzt auch keine offiziellen Meldezahlen. Sie ist einfach nur eine Ergänzung, aber aus unserer Sicht eine sehr wichtige Ergänzung.